Winterzeit ist auch Partyzeit und so stieg auch in diesem Jahr wieder die von der Wirtschaftsinitiative Region Uslar veranstaltete und allsatzbeliebte Apres-Ski-Party vor dem Uslarer Rathaus. DJ Udo Klümper und Miss-DJner Daniela Meier legten bekannte Stimmungslieder und aktuelle Hits auf. An den Verpflegungs- und Getränkeständen herrschte reger Andrang. Mit einem kräftigen Schuss in den Glühwein oder einem Schnäpschen von der Schatzi-Bar ließ es sich trotz des eher schlechten Regenwetters prächtig feiern. Die weit über 1000 Besucher der Veranstaltung waren einfach in Feierlaune und ließen sich von dem schlechten Wetter ihre Stimmung nicht vermiesen. Und so feierten und tanzten sie ausgelassen bis um 1 Uhr mit Rücksicht auf die Anwohner die Musik ausgeschaltet wurde. Einige haben wohl andernorts noch lange weiter gefeiert. Schöne Beide!